hallo und schönen guten abend es gibt wieder diablo 4 news und zwar diesmal richtige patch news und nicht nur lauter kleine blue post mit hotfixes sondern nein hier sind richtige patch news die verlinke ich euch übrigens auch in der video beschreibung der patch kommt bereits nächste woche dienstag am 20 august hier sind einige bug fixes auch drin aber auch ein kleines bisschen umgebalance und zwar vor allem in den infernal hordes und ich würde mal sagen ich gehe das grob alles durch und danach zeige ich euch noch was mir auf jeden fall hier drin leider fehlt gut das allererstes des boys of gold chest is now reusable das ist die gold kiste die eigentlich normal den restlichen äther verbraucht ich weiß nicht wie die jetzt genau mein mit reusable ob die das quasi einfach eine äther kosten zuweisen sozusagen wie kostet 100 äther oder so das ist was wir bei den anderen kisten auch überarbeiten müssten dass die vielleicht nicht nur 20 äther kosten sondern 40 oder 50 oder so dass man da nicht ewig lang kisten auf macht das wäre schon schön wenn man sie gesehen hätte irgendwas mit sound effects von bernieger aufhebt ist nicht so wichtig und dann ein paar entfernen offerings werden nämlich erhöht in ihren rewards wie viel äther sie geben das ist nämlich ganz geil das bedeutet sie tun jetzt gerade schon ein bisschen umbalancen warum hat man dann hier nicht auch die äther kosten von den kisten angepasst so dass wir nicht dieses ewige klick haben gut als erstes haben wir die exalted elite und surging elite die jeweils hat plus 1 plus 2 äther geben dafür habe ich euch ja schon mal meinen google sheet daraus gesucht meine horde sheet kann es nämlich die exalted elite und die surging elite anschauen und zwar das dürfen nämlich diese dinge sein die äther fiends hier exalted und surging elite sind nämlich das wo die äther fiends sozusagen mehr äther droppen ich finde diese äther fiends das sind ja diese elite die immer wieder spawnen es wollen schon relativ häufig auch also die jetzt noch mal boosten auf plus 2 oder so macht die dann teilweise fast schon besser als die hellborn vor allem weil wir bei den surging elite aber die chance von elite doubled haben sozusagen und äther fiends zählen in dem fall als elite soweit ich weiß gut dann anstoppable elite ja gehört auch zu den jahren dazu das ist das was die die dann anstoppable macht ist runter auch äther fiends plus 1 gibt dann auch plus 2 also wir wollen die äther fiends als großen konkurrenten gegenüber den hellborn jetzt nicht mal hinstellen so dass man da vielleicht zumindest zwei verschiedene monster typen hat die da extrem viel äther geben können so und dann der burning rain der dafür sorgen kann dass wir danach dann die burning hellborn haben top anstatt 1 bis 3 dann 3 bis 9 äther ist ganz gut auf jeden fall so hat der rain an sich auch noch mal ein bisschen besseren effekt und nicht nur hauptsächlich wird er genutzt hat man dann die burning hellborn bekommt gut aber hierbei hätten sie auch noch ein bisschen was anderes machen können und zwar teilweise was ich ein bisschen blöd finde es gibt es einige modifikationen und zwar für die soul spire das sind hier die dinge so gibt es hier mal zwei und plus zwei äther und so die ganzen plus einer hier bin eter fiends haben jetzt gebufft aber die äther masse gibt immer noch nur plus eins wo sie es hier unten sind die äther massen dinger hier die ich sollte massen sind auch plus zwei bussen können genau wie hier bursting masses sind auch machen können dass da ja du kriegst eine äther masse am anfang der welle und noch mal plus ein äther von der masse oder so also hätten sie auch anpassen können warum sie jetzt nur diese sachen anpassen finde ich ein bisschen wird eigentlich weil das sind sachen die man eh auch so schon genommen hat eigentlich die modifikation wenn es wird man eher die sachen bussen die nicht so oft genommen werden die mode feier ok mal sehen was seine zukunft noch weiter passiert vielleicht mitte der season gibt es noch weitere bettungen user interface und user experience hier trade chat ist ein aus separatet bei volt hier ganz interessant man kann jetzt leute zum party der wache in der party man kann seinen klaren namen ändern aber es ist nichts besonderes hier was ganz cool ist ist der blog post hier und zwar all players will receive cash of legendary items with guaranteed greater affixes und zwar das ist zum ausgleich weil die greater affix kiste in der horde eine ganze zeit lang nicht funktioniert hat die war ja verbuggt und hat zwar manchmal greater affix items gedroppt aber nicht garantiert also konnte oft das auch mal komplett dir gar kein greater affix item geben deswegen klingen alle einen beutel mit garantierten greater affix items ich bin gespannt wie viele greater affixer wie viele items da generell sind und wahrscheinlich werden die account bound sein gehe ich mal von aus weil meistens alles aus irgendwelchen beuteln account bound ist aber immerhin ganz coole aktion eigentlich von blizzard hätten sie auch nicht machen müssen so dann wird ein tempering rezept von robert wieder aktiviert und zwar das war nämlich auch ein ptr aktiv das war das was glaube ich so ein paar hundert prozent gibt der menschen geben hat was irgendwie verbuggt war hier flüssig als affix has been removed from rog innovation and put into alchemist control und alchemist control ist das was jetzt quasi wieder aktiviert wird damit kann man dann die plurie das heißt quasi hochscalen ranks of trigger text fx has been removed from alchemist control ja und irgendwelche ranks wurden removed gut ich habe mit rog spieler wenn sich damit mehr auskennen ob das irgendwie sinnvoll ist den punkte finde ich sehr geil extra visual effects have been added to the projectile trail of corpse post to make it easier to track the project als origin cops crossbows einen der gefährlichsten gegner in diablo 4 diese fetten ja quasi skelett ballisten oder so die immer von irgendwo offscreen dich abballern hinterlassen stellt jetzt eine art spur sozusagen von dem projektil dann siehst du wo die crossbow sozusagen steht wo du die kaputt schlagen musst ja ist ganz nice auf jeden fall wir haben auch schön meinetwegen die vorhin eine animation machen wo die hinschießen kann auch durch da irgendwie eine linie leuchten oder so dass man nicht getroffen wird okay hier haben noch ein bisschen accessibility und so das ist nicht so wichtig ich denke mal die wichtigen sachen waren irgendwo hier unten und zwar als allererstes nämlich bei das sind ja alles jetzt bug fixes was mir beim public ausgefahren aufgefallen ist sind sachen die ich so noch nicht erlebt habe und zwar einmal hier in der hellborn in der hellborn in der entfernen hort fixen ist über treasure goblins bond during in den vorne hort encounter could be kam indefinitely an killable preventing wave progression also es gibt anscheinend irgendeinen zufälliges event wo eine von hort treasure goblins wollen können muss sagen ich habe schon so viele horde keys gemacht ich hatte noch kein einziges mal da den goblins bin jetzt schon mal hatte schreibt gerne video kommentare ich habe mal ein twitter stattgefragt da meinte jemand da kommen sieben bis acht goblins ja finde ich cool kann durch öfter kommen meinetwegen ja habe ich bisher noch nicht erlebt aber jetzt machen sein bug fix dafür das heißt auf jeden fall es gab irgendwas dass da goblins kommen könnten aber dass dann die wellen nicht mehr weiter gelaufen sind gescheit gut quest sachen sind auch interessant ich glaube die interessantesten sachen waren nämlich hier dann hier rechts auf die feier wollen nicht blau gemacht der blaue effekt war weg dass der befehlt übrigens auch beim feier ball der feier ball wird trotzdem 30 plus rings haben auch nicht mehr blau die blaue flamme fehlt da auch das war mal eigentlich auch teilweise blau so die explosion irgendwas wichtig ist noch denn ich weiß ganz wichtig sagt nämlich unten es gab ein problem dass manche achten nicht als greater affix wollen konnten wie blatt orbs resource dass man da wie sonst bekommt wenn man die sozusagen einsammelt oder ich hab der blatt art ist ein kurs das glaube ich von einem unique und ja das ist das einzige punkt 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 ich glaube sonst war hier nämlich nichts wichtiges die wichtigsten sachen wollen für mich als talkspieler sind nämlich die hier unten und vor allem für alle blinder zorgs das ist ja nicht der punkt wo blizzard jetzt gut werden kann auf dem okulus der blue rose und der storms companion das ist eine hose vom tourt wurde gefixt da waren nämlich abwechselt auf die weder mit greater affix hochskaliert sind noch beim master wirken hochskaliert sind blizzard schreibt ja vor allem nur fixen in den schubert und apple ist es war not effekte beim master working und folgen die items die sind auch nicht vom greater affixen beeinflusst worden und zwar die chance dass eispikes doppelt explodieren von der blue rose wenn du sie als greater affix gedroppt hast waren 35 prozent wenn es das normalen affix gedroppt hat konnte auch mit 35 prozent wollen allein der greater affix hat das schon nicht erhöht ich hoffe das wird jetzt im nachhinein geändert dass meine greater affix blue rose sozusagen auch eine höhere chance hat auf jeden fall das eispikes explodieren und dass man das normal hoch master wirken kann auf jeden fall genau wie bei okulus waren dass die teleport ranks soms companion der duotose weiß ich leider nicht genau was das war gut und dann sonst hier unten noch fix nicht werde kopf auf du den grigory sind nicht die sph und irgendwann hast du auch noch drinstehen in dem blog post dass beim diesen eis ist immer nur eine von den puppen gedroppt auch man in der 200er version gekillt hat da sollten jetzt auch die richtigen zahl anpuppen droppen und zwar bis zu fünf puppen auf jeden fall ja bin jetzt nicht alles durchgegangen sondern eigentlich nur grob so die wichtigen sachen was mir natürlich noch ein bisschen fehlt ist der fix für fireball fireball und die crown of lucian die crown of lucian funktioniert nicht mit dem fireball sobald man die fireball handschuhe an hat was fireball immer noch 75 prozent weniger schaden machen lässt fireball wäre wirklich gut und könnte wahrscheinlich sogar normal t8 farmen mit sehr gutem gear wenn die crown of lucian funktionieren wollte würde ist ja leider nicht drin ist halt ein bisschen schade und ansonsten nicht immer noch berichtet dass angeblich pitbots zu viel aushalten sollen ich habe selber nicht so viele pits gemacht diese season dann wie gesagt immer noch das problem ist wenn die kissen johundert mal öffnen müssen in den von der horz also sind patch der bringt ein paar gute sachen auf den wahl rein aber es ist noch längst nicht alles gefixt was gefixt werden muss an der season damit aber es ist zumindest schon mal anfang und für alle leute die gerne blizzardz auf jeden fall spielen die wird endlich wieder weibel sein also in einem besseren maße weibel sein auf jeden fall durch den fix von der blue rose weil das dann aus einem 35 prozent multiplierenden über 90 prozent der menschen multiplier macht wenn man das ganze trippelt hoch masterwerk sozusagen gut das war's mit den news das war's mit patch notes ich würde sagen wir sehen uns im stream oder im nächsten video bis dann ciao